Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich Ihnen zeigen, was Sie tun sollen, wenn der Kopfhörer beim Anschließen an den Computer nicht funktioniert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung. und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie den Kopfhörer an den Computer angeschlossen haben und aus unbekannten Gründen kein Ton in Lautsprechern zu hören ist, ist dieses Video für Sie hilfreich. Wir analysieren die häufigsten Ursachen für solche Probleme und wie mal sie läuft. Der Tonmangel in Lautsprechern der Kopfhörer kann in zwei Hauptgruppen unterteilt werden. Ein Software-Failer und eine Fehlfunktion im Gerät. Zunächst müssen Sie den Grund ermitteln, warum die Kopfhörer nicht funktionieren. Dazu müssen Sie eine konsistente Diagnose durchführen. Überprüfen Sie Ihre Kopfhörer zunächst auf einem anderen Gerät, zum Beispiel auf einem Telefon, Tablet, Laptop, Fernseher oder einem anderen PC. Wenn Sie auf einem dieser Geräte funktionieren, sollten Sie die Ursache im Computer selbst suchen. Wenn während der Audio-Wiedergabe der Tonenden Lautsprechern auf anderen Geräten fällt, sind diese höchstwahrscheinlich defekt. In diesem Fall hilft Ihnen dieses Video nicht viel. Wenden Sie sich an die Werkstatt oder ersetzen Sie sie. Bei einigen Kopfhörermodellen am Kabel ist eine Lautstärkenregelung vorhanden. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein Minimum reduziert ist und kein Ton zu hören ist. Die Lautstärke kann auch am Computer selbst ausgeschaltet werden. Sie können dies überprüfen, indem Sie mit der linken Maustaste auf das Sound-Symbol in der Tastleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klicken. Überprüfen Sie gleichzeitig die Lautstärke in der Anwendung, über die der Sound abgespielt wird. Der Player, das Spiel, der Browser und so weiter verfügen ebenfalls über einige Sound-Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie richtig angeschlossen sind. Der Kopfhörerstecker wird an dem grünen Anschluss oder mit der entsprechenden Bezeichnung in Form eines Kopfhörers angeschlossen. Oft ist kein Ton zu hören, wenn Sie das Wiedergabegerät an die Frontblende anschließen. Versuchen Sie in diesem Fall, sie an den Ausgang auf der Rückseite anzuschließen. Wenn beim Anschließen an der Rückseite ein Ton zu hören ist und wenn eine Verbindung zur Vorderseite besteht, verschwindet der Grund für die Ausgabe an der Vorderseite wieder. Wenn es zuvor funktioniert hat, gehen Sie zu den Einstellungen. Wenn nicht, ist der Ausgang möglicherweise nicht mit dem Motherboard verbunden. Sie können dies nur überprüfen, indem Sie die Systemeinheit öffnen. Weitere Informationen zum Anschließen der Frontplatte an das Motherboard finden Sie in unserem anderen Video. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wenn alles in Ordnung mit der Hardware ist, die Kopfhörer auf einem anderen Gerät funktionieren und alles korrekt am Computer angeschlossen ist, müssen die Einstellungen und der Treiber des Soundadapters überprüft werden. Beginnen wir mit der Einstellung des Wiedergabegeräts. Wenn Sie mehr solche Geräte angeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer als Standard wiedergabegerät ausgewählt wurde. Dazu öffnen Sie die Klang-Einstellungen durch in der Tastleiste oder rechten Maustaste auf das Lautsprechensymbol klicken. Hier prüfen Sie, ob es möglich ist, die Kopfhörer als Ausgabegerät auszuwählen. Öffnen Sie die Sound-Kontrolle Panel und wählen Sie den Kopfhörer als Standard-Ausgabegerät. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Kommunikationsgerät standardmäßig verwenden. Wenn die Lautsprecher hier überhaupt nicht angezeigt werden, können sie einfach ausgeschaltet werden. Um dies zu beheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen beliebigen Bereich dieses Fensters und aktivieren Sie die Option nicht verbundene Geräte anzeigen. Klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste auf die Lautsprecher und wählen Sie aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schaltbegel überprüfen. Öffnen Sie dazu Eigenschaften und ziehen Sie auf der Registerkarte Begel den Schieberegel nach rechts, sodass der Wert größer als Null ist. Überprüfen Sie auf der Registerkarte allgemein unten, ob das Gerät hier nicht angeschlossen ist. Führen Sie dann auf der Registerkarte erweiterten Buffett Test aus. Anschließend sollte die Melodie über die Lautsprecher abgespielt werden. Deaktivieren Sie auf der selben Registerkarte den exklusiven Modus und überprüfen Sie den Sound erneut. Wenn dieser Versuch fällt geschlagen ist und immer noch kein Ton zu hören ist, prüfen Sie, ob sich ein Laubsprechersymbol eines Drittanbieters in der Taskleiste befindet. Es könnte Realtek, HD oder ähnliches sein. In diesem Dienstprogramm können Sie in den Einstellungen die Audioausgänge an der Vorder- und Rückseite des Computers konfigurieren. Hier müssen Sie möglicherweise die Audio-Wiedergabe-Funktion auf der Vorderseite aktivieren. Aktivieren Sie außerdem das Kontrollkästchen, deaktivieren Sie die Definition der Front-Panel-Buchsen und Connector-Parameter. Bei einigen Soundkarten-Modellen sollte die Einstellungen so aussehen, ASUS VIA. Wenn der Ton immer noch nicht angezeigt wird, öffnen Sie den Gerätemanager und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Startmenü. Hier im Abschnitt Audio-Eingänge und Audio-Ausgänge sollten sich Lautsprecher oder Kopfhörer befinden. Wenn im Gerätemanager kein Kopfhörer vorhanden sind, diese nicht erkannt werden und nicht in den Toneinstellungen angezeigt werden, installieren Sie einen Treiber oder ein Programm um den Ton zu steuern. Sie können den erforderlichen Treiber am besten herunterladen, indem Sie die Webseite des Herstellers der Smart-Edwards besuchen, das auf Ihrem PC installiert ist. Um dies zu tun, müssen Sie das Modell und den Hersteller des Smart-Edwards herausfinden. Wie dies zu tun ist, siehe unser anderes Video, der Link wird in der Beschreibung sein. Gehen Sie zur offiziellen Webseite des Herstellers und geben Sie in der Suchleiste das Modell Ihres Smart-Edwards an oder suchen Sie die Download-Seite für dieses Modell. Von dieser Liste müssen Sie Audio-Treiber herunterladen. Laden Sie die Datei herunter, öffnen Sie das Archiv und starten Sie die Installation. Dies ist normalerweise eine Setup-Excel-Datei. In einigen Fällen muss sie zuerst entpackt werden. Nach der Installation der Treiber müssen Sie den Computer neu starten. In Folge dessen sollte ein Programm zur Steuerung von Wiedergabegeräten angezeigt werden und die Kopfhörer sollten funktionieren. Wenn Sie das Muzzleboard Modell nicht finden oder keinen geeigneten Treiber finden können, versuchen Sie High-Definition Audio kurz von der offiziellen Webseite von Realtek herunterzuladen und zu installieren. Laden Sie die Version entsprechend der Bit-Tiefe Ihres Betriebssystems herunter. Überprüfen Sie, ob im BIOS High-Definition Audio nicht abgeschaltet ist und dann versuchen Sie den Typ ändern auf AC97 Start, HD Audio oder umgekehrt. In den meisten Fällen funktionieren die Kopfhörer aufgrund der Toneinstellungen des Fälles eines appropriierten Programms zum Verwalten des Tons oder geeigneter Treiber nicht genau. Wenn Ihre Kopfhörer auf anderen Geräten funktionieren, können Sie dieses Problem mit einem dieser Tipps beheben. Und das ist alles. Ich hoffe, hat Euch dieses Video gefallen. Abonnieren Sie unseren Kanal, stellen Sie Fragen unter den Kommentaren einen Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.